Servus und danke fürs Wiedereinschalten bei Anarchy Reigns. Hi Leute, ein bisschen Bonus-Part? Ein bisschen Bonus-Part. Okay, ich habe versprochen, ich zeige euch den Multiplayer noch. Und ich habe wieder auf Multiplayer geklickt, weil ich Multiplayer spielen wollte. Yeah, you don't have the sufficient Xbox Live privilege to access this feature. Weil Multiplayer auch ein Feature ist. Ihr seid scheiße, Platinum. Okay, also, gehen wir in den Simulator. Und gucken ein wenig... Okay, ähm... Erstmal gibt es natürlich noch ein paar verschiedene Maps. Nicht nur Altambra und Barichur, den Port Valenda-Hafen und Honglong. Nein, es gibt noch ein bisschen mehr. Okay, es ist größtenteils daraus zusammengesetzt. Ja, aber... Okay, was ich euch als allererstes zeigen wollte, ist aber sowieso... Okay, erstmal alles. Wie ihr seht, wie ihr seht, Battle Royale zum Beispiel geht mit 16 Spielern. Ähm... Aber... Was richtig schick ist... Moment. Team Deathmatch... Nein, Moment. Ähm... Ich zeige euch als allererstes mein Lieblingsspiel Deathball. 4 gegen 4, insgesamt 8 Spieler. 10 Minuten Zeit. Limit victory conditions. Score more goals than the opposite team. Wir spielen eine Runde Baseball, Leute. Map ist natürlich dann das Stadium. Und weil ich eine ganz bestimmte Person kenne, die meine Bayonetta-Let's Plays nicht guckt, weil sie sich nicht spoilern will, spielen wir mit dem Bonuscharakter Bayonetta. So geht das. Ist das cool? Gut, danke. Okay, wir können uns... Okay, Teamfarben, geil. Stimmt ja. Emblem? Ich hab keine Embleme. Warum hab ich keine Embleme? Oh toll, ich hab ein Emblem. Yay. Die Teamfarben noch irgendwie wechseln? Switch View. Ja, danke auch. Keine anderen Teamfarben? Na egal, in Rot passt schon ganz gut. Ähm... Confirm? Ähm... Ich will... Doch. Achso. Ja, nein, die... Verzei... Hey. Okay. Da, Begin Game. Eine Runde Death Ball. Gucken, ob ich das noch hinkriege. 3, 2, 1... Kickoff. Boah, Kickoff. Und ja, wir können uns natürlich ohne Probleme auch einfach weiter mit dem Scheiß prügeln. Ja, dann rennt... Oh, nein. Ah, gut, dann hole ich den Scheißball halt. Wir sind mit dem Ball langsamer als die anderen. Ah, schaut mal. Sie blockt wirklich mit ihrem Hexensymbol. Das ist ziemlich geil. Darf ich mal? Au! Roll in dir. Los, roll in dir. Ich stehe frei. Lass ihn nicht draufheizen. Lass ihn nicht draufheizen. Ähm. Oh. Wo ist... Hey. Warte, die... Hä? Die Tore sind noch gar nicht hoffen. Spring nicht von meinem Tor rum, verdammte Scheiße. Kann ich hier mal irgendwie jemanden... Dann töte ich dann... Bang. Hey, ich hab'n Ball. Ich hab'n Ball. Ich hab'n Ball. Uh, ich hab'n Ball. Wow, wow, wow. Ich hab'n Ball. Ich hab'n Ball. Ich hab'n Ball. Wie passe ich überhaupt? Ich, ähm... Ich hab'n Ball. Ich hab'n Ball. Superstar Shot. Wie geht der? Schieß das Ding doch. Oh, 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 oh. Okay, 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 okay. Er hat ihn gefangen. Hat er ihn gefangen? Kann ich mal den Ball haben? Hey. Hä? War das jetzt Ladezeit? Oder willst du mich irgendwie verarschen? Was war das denn? Ist klar? Kick-off? Ist klar. Hi. BANG! Denn wir können Spieler in diesem wunderbaren Death-Ball-Game auch ganz einfach umbringen. Das werd' ich jetzt auch tun, damit wir ein wenig, äh, Team-Vorteil haben. Und ich sein Item kriege. Geil. Goal Open! Und, äh, das gegnerische Team hat ein Tor. Fick dich, Matillo, da. Wir sind dran. Komm, Bull. Hau rein. Oh, shit, ich kann... Oh, 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 nein. Nein, 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 nein. Mein Ball. Mein Ball. Alter, fick dich. Fick dich. Mein Ball. Ich jag dir einfach die Karre hinter. Oh, okay, danke. Danke, danke. Danke. Wo ist der Ball? Ich hab' ihn weggeschmissen. Konnte ich ihn nicht zu irgendeinem schmeißen? Komm her. Ich geh frei, ich steh' frei, ich steh' frei. Wieso ist die Karre nicht offen? Warum ist die Karre nicht offen? Ich will, dass die Karre auf ist. Ich kann mit dem Ball einmal nocken. Goal Open! Ja, goal Open! Schmeiß' ihn weg! Ah, nein, nicht du. Ey, 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 ey. Okay, das Tor ist also erst offen, wenn wir eine gewisse Zeit lang in, äh, im gegnerischen Areal rumgammeln. Äh, äh, hörst du auf. Da. Weiter, 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 weiter. Go, 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 go. Los, du verdammte CPO-Practice. Pass rüber, pass rüber, die Scheiße. Ja, 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 ja. Bang! Hey, hey. Touchdown! Sweet, so macht das mittlerweile mal ganz gut Spaß. Die Musik wechselt auch immer schön durch. Hey. Fick dich, Goal Open! Direkt mit der Fresse davor geraten, weißt du? Bitch. Wir sind dran. Lass mich werfen! Mann! Machst du ne... Ey! Fuck you! Ja, taunt sie noch ne Runde, ist okay. Jetzt reicht's. Oh, nein, nein, nein! Oh, ihr seid doch behindert. Prügelt einfach alle. Oh, ich hab ihn wieder. Los, fang die... Ja, fang die Karre. Bang! So, du bleibst erstmal ne Runde stehen. Wieso war mein Tor jetzt nicht offen? Mathilde hat fallen. Also, unsere Mathilde hat fallen. Das ist sehr gut. Mein Ball? Mein Ball! Mein... Oh ja, rennt alle dem Scheißball hinterher. Ihr seid kacke. Ich hasse euch. Los, Feuer! Dahinten! Ich hab grad... Ich hab den Gegner sogar anvisiert, Mann! Geh drüber, den Scheiß! RT passen. Ach, RT. Oh, darf ich mal? Echt? Ja, los, komm rein mit dem Ding! Sweet! Was sagt eigentlich unser Zeitlimit? Vier Minuten noch. Ja, easy. Oh, Ball! Nicht du, du! Aber ich geh sowieso gerade vor. Oh, Goal Open! Danke! Hey! Gefällt mir! Ja, alles klar. Okay, that music, bitch! Hey! Gib mir das Ei! Man kann hier sogar die Rampage ausladen. Das ist krank. Nein, Baron, machst du nicht? Fick dich! Go, 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 go! Ey, nein! Oh, gimme! Pass! Ich hab gepasst. Das war RT. Go, 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 go! Ich steh sowas von frei, Mann! Ich steh... Yay, danke! Ha, ha, ha! Sweet! Hey, ich will das noch gewinnen hier. Komm schon! Halten! Halten? Halten! Ich bin normalerweise nicht der Typ für Ballsport, aber das ist irgendwie cool. Das ist auch so sinnfrei. Ey! Das erinnert mich so ein bisschen an, äh... Ja doch, an Mario-Fußball. Ohne Scheiß. Ein bisschen extremer. Ich meine, bei Mario-Fußball hast du dich gefreut, dass du noch grätschen kannst. Und wenn du mal ein... Wenn du mal ein Item fehlst... Nein! Das macht... Oh, okay. Das stimmt, das mit mir. Der Buller hat ein Goal erzielt! Komm, post mal richtig cool, ja? Ja. Ja. Nein, ich wollte, dass du dieses Samurai sch... Egal. Ach, nicht Samurai, äh... Sumo! Bang! Bang! Und weil's noch so cool ist. Ups. Dann halt nicht. Keine Sau benutzt hier seine Killer-Weapon. Score die Scheiße, komm schon! Ball! 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 Ich hab den Ball! Ich hab den... Mein Ball! Mein Ball! Mein Ball! Mein Ball! Oh, fuck you! Damn! Mein Ball? Meins? 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 Was... Was up? Oh, shit! Meins? Ah, okay. Entschuldigung. Okay. Geht's um Ballbesitz oder wann geht die Karre einfach auf? Egal, komm, Führung geht's. Ja, okay. Ballbesitz. Die Leiste oben zeigt's an. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Geh aus, geh aus, geh aus, geh aus, geh aus, geh aus, geh aus. Ja! Aber das ist schon ein wenig mehr. Ich mein... Ohne Sch... Es ist Mario-Fußball. Im Prinzip. Also ohne Torwart. Und... Keine roten Shells, sondern... Paketenwerfer. Aber die Alten sind verdammt rar. Ah! Du verdammte kleine Sau. Die Rampage wär jetzt noch ziemlich cool. Vielleicht krieg ich's ja ausgeladen, wenn ich ein paar Leute verhaue. Ja, Rampage. Was mach ich jetzt damit? Wund, 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 wund! Hey, hier! Kann mich jetzt irgendjemand... Ernsthaft? Ich kann niemand angreifen, während ich die Rampage offen habe. Wie krass ist das denn? Das ist ja Instant-Goal. Shit! Komm, einer ist noch drin, oder? Gib die Kerre! Fick dich, Goal Open! Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich! Fick dich! Ich hab's nen Ball gehabt! Fuck! Shit! Nein! Mein! Fickl so'n Superstar-Finish! Wo ist die Karre? Gib mir das! Shit! Egal, einen hatten wir! Ja, nice! Next! 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 Show Results! Geh, lass mich in Ruhe! Ich will... Ja! Danke! Ich will... Ja! Ähm... Ich will hier raus! Wie weit denn noch? Ah, danke! Team-Bonus! Ja! 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 Sweet! Äh... Gang-Type! Einen machen wir noch! Denn, ähm... Der Dogfight war... Bonus! Auch mit der... In Anführungsstrichen... Strichen, äh... Vorbesteller-Version, Wo der Bayonetta-DLC direkt schon dabei war... Ähm... Man prügelt sich einfach nur mit den Drohnen, an die man sich dranhängen kann... Es gibt Survival... Ähm... Beziehungsweise Mad Survival, ja... In der man... Im Team überleben muss... Gegen Mutanten und so'n Shit... Das ist auch recht cool... Ähm... Let's target the enemy squad leader in this highly strategic... Class-based team-mode... Squad leadership will be assigned to the top player on each team at varying intervals... Okay, der Team-Battle klingt auch nahe... Die sind alle irgendwo ganz geil... 3 Team-Capture-The-Flag... Normales Capture-The-Flag... Cage-Match... Is so... Diese Soul Calibur-Nummer... Ähm... Deathmatch... Mit 4 Spielern... Form-Players... Go Head-to-Head... And Fist-to-Fist... There is nowhere to run in this true battle of technique... Tag-Deathmatch... Tag-Deathmatch... Das... Tag... Was ist der Unterschied zwischen Tag-Battle und Tag-Deathmatch? 4 Teams... 2-Player-Each... Und hier nur 2 vs. 2... Äh... Das machen wir... Weil da gibt's nochmal... Mäh... Äh... Da gibt's nochmal... Verschiedene Kombos, die ich euch gerne zeigen würde... Wer benutzt denn das? Äh... Okay... Eiren und Feiren und Baron... Ja... Passt schon ganz gut... Begin-Game... Obwohl... Nein, Moment... Ähm... Bayonetta haben wir ja jetzt uns einmal angeguckt... Äh... Wie wär's, wenn wir... Wem spielen wir denn? Irgend... Wen hatten wir noch nicht... Wie wär's? Jetzt bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen... Wie wär's mit Max? Max? Max... Begin-Game... Ansonsten hatten wir so alle Charaktere fast schon... Also... Und auf... 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 Durga und Garuda hatte ich nun mal echt keine Lust... Wo ist der Rest von uns? Dann... Au... Au... Fuck... Okay... Äh... Cool... Warum haben wir... Okay... Wenn wir gleichzeitig blocken... Dann passiert sowas... Nett... Team-Up-Attack... Oh... Sowas wollte ich... Ey... Team-Up... Komm... Ja... 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 Das ist geil... Sowas ist zum Beispiel echt sweet... Ah... Ey... Fick dich Baron... Ah... Nein... Ich wollte da nicht hin... Oh... Shit... Uh... Ich hab immer noch dieses blöde Football-Logo... Ja... Dann Team-Up... Komm... Komm rein ey... Der ist doch schon tot... Au... Und sie... Knickt ihm nochmal den Schädel... Sehr schön... Wo ist der Rest? Da... Los... Okay... Er ist rausgekommen... Shit... Ey... Baron... Okay... Er ist echt ähnlich wie Leo... Nur ein bisschen... Tanky... Yo... Hey... Hey... Au... Komm... Ich will auch mal greifen... Ich will alles... Bleibst du hier Baron... Bleibst du hier... Bleibst du hier... Hier sag ich... Na... Nein... Ah... Ah... Himmel... Nein... Ich wollte... Ah... Jetzt bin ich genau auf den Luftstrom gesprungen... Oder was... Übersicht... Ist echt... Shit... Gerade so... Ey... Mädchen... Hörst du auf... Verzeihung... Darf ich mal... Ey... Was... Oh... Shit... Baron... So... Üh... So... Come on... Kannst du mit dem eigentlich echt schon gut... Was ist das... Achso... Das ist dieser Rundumschlag... Oh... Shit... Oh... Schild... Ernsthaft... Dann halt... Killer Weapon... Ah... Ha... 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 Shit... Ey... Au... 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 Lass das... Ich will nicht... Ich will nicht... Go... Team Attack... Ah... Shit... Verdecke Baron... Ich will jetzt keine Team Attack machen... Ich will... Na gut... Okay... Gewinnen wollen wir ja auch irgendwo noch, oder? Ich hätte aber gerne mal... Ich will nicht die ganze Zeit Team Attack machen... Ich will den... Shit... Special von ihm... Alter... Gut, dann war's das jetzt... Und... Time Up... Ciao... Tut mir leid... Extra Time? Ey... Hey... Hey... Frechheit! Ya... Ja... 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 Wench... Woh... Woh... Shit... Bitch... Ja und jetzt... Aw... ...or was? Zumindest könnte ich die Combo noch einmal reißen. Das wollte ich unbedingt mal sehen bei Max. War auch geil. Also, sweet. Ich habe keine Kills. Wieso habe ich keine Kills? Oh, leckt mich doch, ihr beiden. Hauptsache, die Kleine hat die ganzen Kills gekriegt von unseren Team-Up-Attacks, weil sie den letzten Griff ausgeführt hat. Ja, leckt mich doch am Arsch. So, okay. Das war so ein bisschen Multiplayer. Ich hatte jetzt, wie gesagt, nicht vor, sämtliche Multiplay-Dingsis rauszukramen. Die wären dann wahrscheinlich wirklich nur lustig, wenn wir mit der Community allesamt uns mal dransetzen würden und so ein Best-Off zusammenschneiden würden oder sowas. Da wäre, würde ziemlich geiler Scheiß bei rauskommen, schätze ich mal. Aber, ähm, das können wir ja nun mal leider knicken. Ich wollte es euch aber trotzdem mal zeigen. Deswegen auch nur ein Bonus-Part. Wenn ihr da draufgeklickt habt, dann danke sehr. Ansonsten war es das. Anarchy Reigns, Leute. 20 Folgen sind jetzt festgesetzt auf diesem Kanal und, äh, jetzt werde ich es wahrscheinlich die nächsten paar Jahre nie wieder angucken. Aber ich fand es trotzdem mal schön zu spielen. Okay. Okay. Also. Bleibt schön auf dem Laufenden für andere Projekte. Ähm, wie gesagt, Metroid Prime 2 direkt, äh, morgen. Ansonsten, ähm, immer schön liken, abonnieren, kommentieren. Letzteres ganz wichtig, denn, äh, wir wollen ja schließlich wissen, was ihr so mögt und, äh, der ganze andere Shit, der, äh, uns so interessiert. Euch betreffend. Ähm, Facebook und Twitter. Jedenfall. Über Facebook natürlich auch Anfragen, beziehungsweise Ideen, Verbesserungsvorschläge, Vorschläge für komplette Projekte. Hey, Leute, spielt doch mal das und das. Das Spiel würde auf euch gut passen. Das sieht super aus. Und, äh, wie wär's, wenn ihr das mal macht? Alles möglich. Hauptsache, ihr, äh, kriegt den Mund auf. Denn ihr seid der Boss. Okay, also. Bis zum nächsten Projekt. Blank out. Blank out.